Jetzt, wo wir ungefähr wissen, wie das mit dem Speicher und der Adressierung und dem Reservieren von Datenspeicher funktioniert, lohnt sich jetzt auch endlich mal der Blick auf die ganze Definition dieser Datentypen. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, ja, wenn ich ein Integer will, dann weiß ich schon automatisch, dass wir da 4 Byte brauchen. Aber woher weiß ich das? Das liegt einfach daran, dass Datentypen vordefinierte Größen haben. Und wenn man sich mal die Mühe macht, das gucken wir uns mal ganz kurz im Speicher nochmal an, und sich mal die Mühe macht, die Suchmaschine nach den typischen gängigen Datentypen aus die Schad zu fragen, dann landet man irgendwann auf einer Seite von der MSDN, also die Microsoft Developer Network Webseite, also die große, große Informationsdatenbank für Entwickler, die mit Microsoft Technologien unterwegs sind. Und dort gibt es eine Seite, ich habe jetzt mal im ganz konkreten Fall die integrierten Datentypen mal angeschaut. Und integriert heißt einfach, dass die Datentypen von der Sprache zur Verfügung gestellt werden, also die von der Sprache, das ist im Prinzip die, die hellblau oder dunkelblau geschrieben werden, die Schlüsselworte quasi, das sind zum größten Teil sogenannte primitive Datentypen. Und primitiv heißt, dass sie die kleinste Einheit von Speichermöglichkeiten darstellen. Das heißt, da werden Zahlen gespeichert, da werden Einsen und Nullen gespeichert, mehr aber auch nicht. Das Tolle an diesem primitiven Datentypen ist, dass alle zusätzlichen Datenstrukturen, die wir jemals kennenlernen werden im .NET Framework oder die wir selber selber irgendwie definieren, die bauen auf diesen primitiven Datentypen auf. Das heißt, kennt man die primitiven Datentypen, kann man sich die anderen Sachen alle irgendwie zusammen schustern und kann das Ganze analysieren. Dann hat man das Ganze nämlich grundsätzlich verstanden. Verschiedene Datentypen gibt es ein paar. Wir haben ein paar kennengelernt. Wir haben den Integer kennengelernt, um Ganzzahlen zu speichern. Wir haben den Double angeschaut für Fließkommazahlen. Ganz am Anfang mal war das, als wir in der Konsole Kommazahlen mitnehmen wollten. Wir haben außerdem den Bool kennengelernt, also eine Variable, die uns ein wahr oder falsch, eins oder null speichert. Und wir haben noch den String kennengelernt, wobei der String ein Sonderfall ist. Der String ist kein primitiver Datentyp. Der ist zwar built-in, also integriert, der ist nämlich hier mit in der Liste, aber ist kein primitiver Datentyp, das muss man sich mal merken. Letztendlich ist der String, den gucken wir, glaube ich, in der eigenen Lektion nochmal an. Der String ist ein kleiner Sonderfall, was das Ganze angeht. Aber ansonsten sind das hier die primitiven Datentypen. Und wodurch unterscheiden die sich? Hauptsächlich eigentlich einerseits in der Größe, die sie im Speicher einnehmen. Wie gesagt, der Integer als Beispiel braucht diese vier Bytes, aber ein paar der anderen Datentypen, Bool zum Beispiel, braucht nur ein Byte. Und andererseits unterscheidet die Datentypen auch, wie sie in unserem Programmcode interpretiert werden, also welche Art von Daten da drinnen stecken. Letztendlich ist es aber so, dass ein Großteil der Datentypen dazu da sind, Ganzzahlen zu speichern. Also sehr, sehr viel Sachen in der Programmierung laufen über Ganzzahlen. Die restlichen Sachen wie Fließkommazahlen oder Character, also Zeichenketten, die werden eigentlich nur in Sonderfällen verwendet, wenn es darum geht, wirklich Eingaben von Usern oder sowas zu speichern. Aber die ganze Programmiermechanik wird hauptsächlich durch Ganzzahlgeschichten reguliert. Das ist auch der Grund, warum es so viele verschiedene Ganzzahlen gibt, also Ganzzahlvariablen-Typen. Wir malen die mal ganz kurz auf in der kleinen Tabelle, damit wir verstehen, wie das Ganze funktioniert. Eine Kleinigkeit noch. Die Größe, die die Variablen im Speicher einnehmen, bestimmen auch automatisch, wie viele verschiedene Werte man da drin speichern kann. Verschiedene Werte, naja, also in welchem Wertbereich wir grundsätzlich zur Verfügung haben. In einem Byte beispielsweise haben wir ja gesehen, stehen uns nur 8 Bit zur Verfügung und die Art und Weise, wie da drinnen Zahlen kodiert werden, basiert auf dem Binärsystem. Das werden wir wahrscheinlich in der eigenen Lektion nochmal anschauen, je nachdem, wie groß das Interesse ist, das nochmal aufzuschlüsseln, wie das funktioniert. Und diese 8 Bit stehen uns zur Verfügung, um verschiedene Werte zu speichern. Und je mehr Bit wir zur Verfügung haben, umso größer kann der Bereich, die Range sein, in dem wir verschiedene Werte speichern können. Logisch, das heißt, je kleiner der Speicherbereich ist für die entsprechende Variable, umso geringer ist halt der Wertebereich. Ein super Beispiel fängt hier oben an mit dem Byte. Der Byte oder das Byte nimmt einen Wertebereich von 0 bis 255 ein. Das ist einfach darin begründet, dass wir 8 Bit haben und mit 8 Bit im Binärsystem können wir Zahlen zwischen 0 und 255 in unserem Dezimalsystem abbilden. Das ist auch die Definition des Wertebereichs eines Bytes. Jetzt ist aber so, dass wir manchmal auch außerhalb dieses Wertebereichs Dinge speichern wollen, natürlich auch nach oben hin, also größere Zahlen. Aber manchmal will man auch Negativzahlen darin speichern, weshalb man anfängt, diesen Wertebereich anders zu interpretieren. Das heißt, man shiftet im Prinzip den Wertebereich einfach aus dem Positiven ein bisschen rüber in den negativen Bereich, weshalb man das hier ganz gut bei dem S-Byte sehen kann. S steht hier vorne für Signed. Das bedeutet mit Vorzeichen, Vorzeichen behaftet. Und durch dieses Signed haben wir eben die Möglichkeit, auch Negativzahlen abzubilden. Der Wertebereich, also die mögliche Variation an Zeichen, bleibt bei 256, bedingt eben durch die 8 Bit. Aber wir haben einfach den Wertebereich ein Stück nach unten verschoben, nämlich gleichmäßig in den Negativ- und Positivbereich. Und somit erlaubt uns das S-Byte die Variation von minus 128 bis 127. Warum das so ungleich ist, liegt einfach darin, dass wir dazwischen noch eine 0 haben. Die 0 ist ja auch ein eigener Wert. Und der zählt zum Positivanteil, weshalb wir im Prinzip im Positivbereich auch 128 verschiedene Werte haben, aber eben von 0 bis 127. Das ist der Grund, warum die alle so ungleichgewichtet sind. Okay, und beim Byte ist es jetzt so, wir verwenden ein Byte. Und bei den anderen Datentypen ist es eben so, dass man ein bisschen mehr Speicher zur Verfügung hat, wie zum Beispiel beim Integer. Der Integer verfügt über 4 Byte. Und 4 Byte reichen eben aus, um einen Wertebereich, und das sehen wir hier bei dem Uint. Und bei Int ist es eben genau umgekehrt. Bei Byte ist es so, dass es standardmäßig bei 0 anfängt. Und beim Int ist es so, dass der standardmäßig auf Minus und Plus gleichzeitig ausgerichtet ist. Und beim Integer sagt man eben U für unsigned vorne dran. Unsigned int, der kann einen Wertebereich von 0 bis 4 Milliarden speichern. Das heißt, bisher haben wir den Integer verwendet und haben gesagt, da passt eine Ganzzahl rein. Wir haben aber bisher nicht darüber gesprochen, wie groß die Ganzzahl sein kann. Und auch der Integer ist beschränkt auf einen bestimmten Wertebereich. Beim Integer haben wir eben die Möglichkeit, eine Zahl von minus 2 Milliarden und ein paar zerquetschte zu speichern, bis zu einem Positivbereich von 2 Milliarden. Also auch da, ich meine, da kann man schon viel mit machen. Aber sollte man mal eine Zahl speichern wollen, die größer ist als 2 Milliarden, dann muss man auf einen anderen Datentypen ausweichen. Also der Integer ist so ein bisschen immer der Fallbackplan. Der Integer ist so der Standarddatentyp, den man nimmt, wenn man eine Ganzzahl speichern will. Aber es ist nicht zwangsläufig immer der beste als deshalb. Also man kann da immer ein bisschen variieren. Und man muss einfach wissen, dass unterschiedliche Datentypen einen limitierten Wertebereich haben. Also da gehen nicht unendlich viele Zahlen rein, sondern da gibt es einen Wertebereich. Und jetzt gucken wir uns mal kurz in der kleinen Tabelle an, wie diese Sachen aufgeteilt sind. Das ist nämlich so, dass wir grundsätzlich die Datentypen einerseits, wie gesagt, unterscheiden zwischen der Größe, die sie im Speicher einnehmen. Und da haben wir jetzt kennengelernt, Datentypen, die 1 Byte brauchen. Dann haben wir Datentypen gesehen, die 2 Byte brauchen. Aber wir haben sie noch nicht besprochen, aber die gucken wir gleich mal an. Also es gibt welche, die 2 Bytes brauchen. Wir haben welche gesehen, die 4 Bytes brauchen. Wir können auch mal ein paar direkt hinmalen. Das heißt, bei einem Byte sind wir zum Beispiel beim Byte. Das ist so der Datentyp, den wir hier haben, um einen Zahlenwert von 0 bis 255 zu speichern. Und die würde ich dann auch nochmal kategorisieren übrigens in einerseits, welche die unsigned sind. Das heißt, wir haben ein Byte, das unsigned ist. Das ist der Datentyp Byte. Und es gibt eine signed-Variante, die mit einem Vorzeichen arbeitet. Und das ist eben das S-Byte in dem Fall. Auf dem 2 Byte-Bereich, oder gucken wir mal die an, die wir schon kennen. Beim 4 Byte-Bereich sind wir bei einem Integer. Und der Integer ist signed. Das heißt, da ist der Int. Und bei unsigned haben wir den Int als Uint. Also da dreht man das genau um mit diesem Vorzeichen. Dann gibt es noch welche, die mit 8 Byte arbeiten natürlich. Das ist dann, wenn der Wertebereich von einem Integer zum Beispiel nicht mehr ausreicht, dann muss man auf einen Datentyp zurückgreifen, der eine ganze Zeit speichert, aber eben mit 8 Byte arbeitet. Und das ist der Long. Auch den gibt es als unsigned. Das ist dann der U-Long. So, und manchmal braucht man eine Variable, die eben nicht so groß ist wie der Integer. Wenn man sagt, okay, eigentlich reicht uns ein Wertebereich, da muss ich jetzt kurz spicken, von minus 32.768 bis 32.767, dann kann man hier nochmal auf einen speziellen Datentyp hier zwischendrin zugreifen, der eben nur mit 2 Bytes arbeitet. Und da haben wir den Short auf der signed Variante. Short eben, weil er kürzer ist als der Integer, Long, weil er länger ist als der Integer. Und den gibt es natürlich auch als U-Short. So. Gut, dann sind wir im Prinzip auf der Tabelle vollständig. Das sind die Datentypen, die uns zur Verfügung stehen, um Ganzzahlen zu speichern. Und jetzt gibt es eben noch so ein paar Spezialfälle, die uns andere Interpretationen der Inhalte festlegen lassen. Das heißt, hier drinnen gibt es dann nochmal ein paar Spezialspalten. Eine davon ist zum Beispiel die Möglichkeit, Fließkommazahlen zu speichern. Das heißt, Kommazahlen, das ist vielleicht ein bisschen, naja, egal. Und Kommazahlen, da haben wir jetzt bisher kennengelernt den Double. Der Double braucht eine Speichergröße von 8 Byte. Das hier unten. Double. Der erlaubt eben das Speichern von Kommazahlen. Und da das Abspeichern von Kommazahlen in dem Binärsystem so ein bisschen schwierig ist, gibt es da so ein paar Konventionen, wie die Sachen gespeichert werden. Das gucken wir uns auch nochmal in der separaten Lektion an. Aber da fängt es schon an, also bei den Fließkommazahlen fängt es schon an, die Daten, die da drinnen stecken, anders zu interpretieren, als die schlichte Umrechnung aus dem Binärsystem in das Dezimalsystem. Das ist hier vorne der einfache Bereich. Das sind einfach Ganzzahlen, damit kann man sehr, sehr gut arbeiten. Bei Kommazahlen fängt es an, die ganze Sache ein bisschen interpretationsfreudiger zu machen. Letztendlich gibt es einen Standard, nachdem man das macht. Den gucken wir uns in der separaten Lektion an, weil das ist nämlich ganz, ganz spannend, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, hier fängt es ein bisschen an, dass die Daten anders interpretiert werden, wie man es vielleicht erwartet aus einer schlichten Umrechnung vom Binärsystem in das Dezimalsystem. So, der Double ist eine Variante, aber es gibt auch eine noch kleinere Variante, um Fließkommazahlen zu speichern. Das wäre in dem Fall der Float. Das mit dem Wertebereich ist hier dann nicht mehr ganz so simpel, weil die Art und Weise, wie diese Zahlen gespeichert werden, eine gewisse Variation an Präzisionen mitbringen. Das heißt, im Float beispielsweise, wenn ich im Float eine sehr, sehr kleine Zahl speichere, also im Idealfall ist die höchste Präzision des Floats zwischen minus 1 und 1. Warum das so ist, das gucken wir uns später nochmal an. Aber je größer die Zahlen hier drinnen sind, umso ungenauer sind die ganzen Komma-Werte hinten dran. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn man mit Float oder Double arbeitet, dann ist die Präzision variabel. Also gerade dann, wenn man zum Beispiel Finanzbuchhaltungssoftware baut, dann ist es ganz, ganz wichtig natürlich, dass die Rundungen sich in einem Bereich stattfinden, die eben nicht sichtbar sind. Also wenn dann hier die Pfennigbeträge irgendwo so blöd gerundet werden, dass die Addition nachher nicht mehr passt, was bei einem Float durchaus passieren kann, wenn die Zahl groß genug ist, dann muss man ausweichen auf weitere Datentypen, weshalb es hier in diesem Fall noch einen Datentypen gibt, der auf 16 Bytes basiert. Und hier Dezimal heißt. Ich muss, wie man sieht, hin und her mal hier rüber spicken, um die Liste auch wirklich vollständig zu machen. Das heißt, im Kommazahlbereich shiften wir das ein bisschen nach unten, weil mit einem Byte eine Kommazahl zu speichern, ist schwierig. Zwei Bytes hat man wohl auch drauf verzichtet, da gibt es nämlich keine entsprechenden Datentypen. Fängt bei 4 Bytes an, das ist der Float, wie gesagt. Geht dann über den Double, der schon wesentlich präziser ist und bis hin zu einem Dezimal, der speziell genau für diese Präzise, für die präzisen Zahlenberechnungen gerade im Fließkommabereich gebaut ist. So, und danach kommen jetzt noch so ein paar Sonderfälle, die wir auch schon kennengelernt haben, wie zum Beispiel beim 1 Byte gibt es den Bool. Der Bool, da könnte man jetzt erwarten, dass es ja eigentlich ausreicht, ein einziges Bit zu benutzen. Allerdings haben wir ja gerade schon gesehen, die Adressierung von Speicherbereichen im Arbeitsspeicher funktioniert nur auf Byte-Ebene. Das heißt, Bytes sind die kleinstmögliche Adressierungsart, weshalb auch ein Bool, obwohl er nur ein einziges Bit braucht, ein ganzes Byte an Speicher benötigt, um gehalten zu werden. Und da ist die Konvention einfach, naja gut, wenn da eine 0 drinsteht hier hinten, dann ist es false und wenn da eine 1 drinsteht, ist es true. Das ist natürlich ein bisschen verschenkter Platz, aber bedingt durch die Art und Weise, wie der Computer die Speicheradressen adressiert, funktioniert das leider nicht besser. Gut, dann haben wir noch einen weiteren Spezialfall, das Object. Und Object werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch kennenlernen, und zwar zwei, drei Lektionen in die Zukunft, weil das Object ein sehr, sehr spezieller Datentyp ist, der uns erlaubt, über diese Datentypen hinweg arbeiten zu machen. Und deshalb lohnt es sich, den nochmal separat anzuschauen. Aber ich denke, das hier ist jetzt mal eine ganz vernünftige Auflistung der verfügbaren Datentypen. Und wie gesagt, alles, was in C-Sharp oder überhaupt in .NET oder überhaupt in fast jeder anderen Sprache, ich bin mir nicht sicher, ob es da Ausnahmen gibt, auf den Plan kommt, in Form von Datenstrukturen, also Dinge, die im Speicher gehalten werden, basieren immer, also runtergebrochen, wie zum Beispiel bei unserer Koordinate, immer runtergebrochen auf diese primitiven Datentypen. Das ist das, womit der Computer klarkommt, und das ist das, womit auch komplexe Strukturen aufgebaut sind. Hat dir das Video gefallen? Dann schau doch vorbei beim vollständigen Tutorial auf www.liebezumcode.de